Shein X Aus dem Atelier direkt in die Kleiderschränke der ganzen Welt Mit dem genialen Förderprogramm gelingt Sarah Kessler-Engelbrecht der Sprung zum Designer-Dasein. Promi-Jury mit Chloe Kadeschian belohnt mit einem persönlichem Coaching und 100.000 US-Dollar. Shein X läuft noch bis zum 16. September 2021. Wer die anspruchsvolle Challenge letztlich gewinnt, entscheidet eine kompetente Jury. Chloe Kadeschian als Gründerin eines eigenen Jeans-Labels. Lou Roach mit seinem einzigartigen Blick für Vision und Potenzial. Modedesigner Christian Siriano, Jenna Lyons als Gründerin von LOVESEEN und Lauren Pantin. Die Style-Direktorin der amerikanischen InStyle. Die fünf Finalist-Innen werden in einem Treffen mit den Jurymitgliedern in New York City für das Finale vorbereitet. Auf die Gewinner-In wartet ein Preisgeld von sage und schreibe 100.000 US-Dollar Wire haben Sarah Kessler-Engelbrecht einige Fragen gestellt. Wie würdest du deinen Stil an einem typischen Tag beschreiben? Ich liebe entspannte Outfits, die man vom Tag bis zum Abend tragen kann. Manchmal ist es eine Jeans und ein T-Shirt, wenn ich von zu Hause arbeite, aber dann verwandle ich den Look in ein Abendoutfit mit Absätzen und einem eleganten Oberteil für ein Event. Es kommt ganz darauf an, was ich an diesem Tag vorhabe. Ich weiche nie zu weit von diesem klassischen Look ab. Wer ist deine größte Inspiration im Leben und warum? Ich werde von Künstlern inspiriert, die sich selbst treu bleiben. Menschen, die nicht dem Mainstream folgen, sondern auf ihre eigene, einzigartige Weise vorangehen. Manchmal haben wir als Gesellschaft so viel Druck, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, um bei den Leuten Eindruck zu schinden. Daher glaube ich, dass Menschen, die sich selbst treu bleiben, die größte Wirkung erzielen und ihre Kreationen immer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Glücklich wird auch nur der, der sich selbst treu bleibt. Du hast eine Vorliebe für klassische Silhouetten, was zieht dich zu diesem Look? Wer sind einige Designer, zu denen du aufschaust? Ich liebe es in Modebüchern und Archiven zu stöbern, die Modeikonen aus der Vergangenheit zeigen. Ich glaube, als ich Audrey Hepburn zum ersten Mal in diesem roten Givenchy-Kleid sah, später fand ich heraus, dass es aus dem Film Fanny Face stammt. Wusste ich, dass ich Designerin werden wollte. Davon abgesehen hat Givenchy meine Entwürfe immer irgendwie inspiriert. Ein weiterer absoluter Favorit von mir ist Marc Jacobs. Jede Saison ist einzigartig und unerwartet. Er ist ein Künstler, der sich selbst treu bleibt. Und das kann man in seiner Arbeit sehen. Künstler один Vielen Dank.